Was geht ab Leute, mein Name ist Lothar Wies und im heutigen Video geht es darum, dass ich Hardcore gescannt wurde und 260 Robuste. Das ganze ist vor zwei Monaten schon passiert und es ging um einen YouTuber, der inzwischen 9000 Abonnenten hat und dieser YouTuber ist Klecks, aber bevor ihr rüber geht und hatet, nein Leute, wir haben das ganze auf jeden Fall bereits geklärt und ich möchte nicht, dass ihr rüber geht und ihn hatet. Es gibt immer Scammer Leute und er hat einfach gedacht, dass ich einen Freund von ihm gescammt habe, von daher könnt ihr ihn auf jeden Fall gut lassen, war zwar keine coole Aktion, aber was soll's. Aber Leute, bevor das Video losgeht, möchte ich sagen, da einige Leute sich was Heftiges gewünscht haben und zwar dieses Schwert, was ihr hier seht mit einem Ast reinen Doppel-Element, dass ich so ein Schwert mal tauschen soll. Diese Schwerte sind meiner Meinung nach viel zu wertvoll, aber ich dachte, für die Community tue ich alles. Und zwar Leute, verlose ich diese 6 Wachen jeden Tag an 3 verschiedene Personen auf meinem Discord, den Link findet ihr ganz unten in der Videobeschreibung und zwar muss man einfach nur aktiv auf dem Discord sein, das heißt online sein, schreiben, leveln und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall ganz cool. Dort könnt ihr auf jeden Fall mit euren Freunden reden, ist eine kostenlose App und ich bekomme keinen Cent, wenn ihr auf meinem Discord joint und zwar habt ihr die Chance auf jeden Fall jeden Tag auf 2 Win Attack Blaster oder 2 114er Doppel-Elementigen Elektro-Röhrenwerfer oder 2 1 oder 2 82er Eisbisschen mit komplett alten Sätzen. Ist natürlich alle Wachen komplett voll und Leute, an die Person, die die Woche am aktivsten war, die hat die Chance dieses Doppel-Elementige Schwert zu gewinnen, Leute, ich verlose jede Woche an die aktivsten Leute im Discord unter den aktivsten Leuten diese Sturmklinge mit Natur-Element, also Doppel-Natur-Element, zum Beispiel Natur-Energie hat dieses hier oder zum Beispiel gibt es nächste Woche dann Natur-Feuer, Natur-Wasser und diese Schwerte sind sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr selten. Wir haben auf unserem Discord übrigens auch einen Scam-Schutz, das bedeutet, falls ihr das Ganze aufnimmt, wie ihr gescannt wurdet, bekommt ihr auf jeden Fall einen Teil eurer Waffen rückerstattet und bald kommt dort noch ein Coin-System, das bedeutet, die Coins, die ihr in meinen Livestreams auf jeden Fall farmen könnt bzw. kriegen könnt, wenn ihr den Livestream einfach schaut, könnt ihr dort in einem bestimmten Channel einlösen. Also Leute, wie gesagt, der oberste Link in der Videobeschreibung ist zum Discord und ich würde sagen, jetzt wisst ihr, wie das Ganze passiert ist, viel Spaß, wie gesagt, noch mit dem Video und vergisst mich, es ist schon her und geklärt, aber einige haben halt gefragt, was war da und deswegen Film ab dafür. Warum sind wir überhaupt in einer Box? Egal, passt schon. Ich hab leider keine Waffen. Warum dachte ich? Ich hab leider keine Waffen. Witz. So, ich müsste sie dir herstellen. Hast du die Bucke? Ja, ich hab ein paar Tausend, aber die baue ich halt für Geschenke. Nice job. Kannst du nicht ein paar bestellen? Ja klar, biet mir was an oder dann. Was willst du für, sag mal, also ich könnte, ich kann 260 mitnehmen, was willst du für sowas? Ich würde dir jetzt Obsidian und Schatten geben. Guck mal, das sieht, wenn du fragst. Weil ich brauch unbedingt... Ähm. Warte mal. Ich weiß, ich muss sagen, wie viele willst du dafür. Also wie viele Schatten und Obsidian. Okay, ja. Machen wir 30 Schatten, 30 OBI? 30 Schatten, 30 OBI? 30 Schatten, 30 OBI. Beides 30. Mh, können wir von beiden 25? Ja. Okay. 25. Kannst nicht einfach hier droppen oder... Naja. Weiß halt nicht, wie viele da hinten droppst. Hm. Hm. Warte. Warte. Weil wir, wie viele... Warte. Na, okay, unter YouTube kann ich euch vertrauen, wenn ihr wollt. Warte. Warte. Warte, so 25 Schatten. Sind das 260? Nein, das sind grad mal 200. Also. Wie geil ist das Robuste, ne? Das ist ja 200. Hab 400. Ich... Ich... Warte, wie viel Robuste hast du? 4.000. 3. Ja, das ist ja... 3. 2. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 5. als zu normalen Waffenkosten er hat einfach 4000 Abonnenten fragt mich ob ich mit ihm Fake Video aufnehmen will und kickt mich warte mal kurz Leute ich probier grad was wie gesagt also ganz kurz der heißt Klecks HD und der hat mich jetzt original gescannt ok krass kommt auf jeden Fall hoch Leute gönnt euch